Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Annual Crushing New Horizons. Ihr seht da recht schon, dass ich verändert habe, deswegen gehen wir schnell rein. Nein, bitte! Spoiler nicht meine Insel. Rudolf, du böser, böser, kleine Wicht. Heute ist der 1. Mai, deswegen ist jetzt dieses Mai FireEye Event. Und die Melinda wird bestimmt dazu was sagen. Hallo liebe Bewohner, es ist Freitag, der 1. Mai. Heute beginnt die Mai Feierei. Feierei, es ist nämlich nicht das FireEye, wie ich zunächst dachte, sondern es ist die Feierei. Okay, kommt alle ins Service Center und holt euer Mai Feierei Tickets. Ja, ein kleines Dankeschön von Nog Inc. an die Inselgemeinschaft. Das wird toll, ein Trip zu einer weit entfernten Insel, etwas Erholung. Dafür seid ihr ja schon hier. Tja, naja, das wird auf jeden Fall sehr spaßig, also sprecht mit Herrn Nog im Service Center. Äh, who are you? Ach lol, die hat einfach nur eine komische Mütze auf. Ja, Silke, was willst du? Ich werde dir gerne eine Emotion beibringen, guck mal hier. Die Begrüßung. Jeder möchte so begrüßt werden. Was macht sie? Ich habe gar nicht gesehen, was sie gemacht hat. Silke, was ist das? Ich kann doch schon winken. Okay, sie macht aber noch ein Feeling. Okay, komische Begrüßung, aber danke Silke. Die sieht richtig komisch aus mit dieser Mütze. Oh Gott, wieso habe ich ihr die gegeben? Na, wie dem auch sei, wir werden auf jeden Fall mit dem Nog sprechen. Hallo Nöckchen. Oh, wie haben wir seine Pfeiltatzen gesehen? Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Die sind ja auch richtig süß. Oho, du bist doch sicher für dein Mai Feierei Ticket hier, oder? Ja, anlässlich der diesjährigen Mai Feierei bekommt heute jeder eins, der liebt fragt. Wo wir gerade beim Thema sind, weißt du, was bei der Mai Feierei überhaupt gefeiert wird? Äh, nein. Tag der Arbeit ist das, aber wird das auch in Animal Crossing so gefeiert? Oh, dann verrate ich dir das schnell. Ja, mit dem Mai Feierei bedanken wir uns bei allen denen, die hart arbeiten. Okay, es ist tatsächlich auch ein Animal Crossing Tag der Arbeit. Wobei meine Mai Feierei Tour, meine Güte, keine harte Arbeit, sondern er vergnügliches Freizeitspaß bedeutet. Okay, alles klar. Er hat mir nur gesagt, dass das Mai Feierei Ticket im Flughafen ist. Und anscheinend kriegt man da auch nur einen im Tag. Das heißt, man hat den auch nicht im Inventar drinnen. Und ja, es geht halt eine Woche bis zum 7. Mai. Ja, moin. Leute, bis zum 31.05. könnt ihr eine Muttertag-Tasse kaufen. Ist gekauft, auch wenn die nicht so hübsch ist. So, und aus dem Trailer weiß man ja schon, dass bei den Mai Feierei Tickets oder bei den Inseln, dass da so ein Labyrinth ist aus Hecken. Und jetzt frage ich mich, weil mein Inventar sehr voll ist und das ja irgendwie ein Rätsel sein wird, ob ich da überhaupt mit meinem ganzen Kram hingehen darf oder wie das abgeht. Wird mein Inventar dafür extra geleert? Das wäre nämlich sehr, sehr toll, weil sonst bin ich mir nicht sicher, ob ich das da überhaupt lösen kann. Aber vermutlich schon. Wir gehen einfach mal hin und gucken, was passiert. Du willst also dein Mai Feierei Ticket einlösen. Alles Watscher. Diese Mai Feierei Tour wird organisiert von Tomlok und führt dich auf eine weit, weit abgelegene Insel. Was genau dich noch erwartet? Nun, das wirst du nach der Landung wohl selbst herausfinden müssen. Leider darf ich dich zu dieser Tour nur mit leeren Händen antreten lassen. So sind nun mal die Regeln. Wir verstauen deine Sachen sicher bei uns. Hier unter der Theke. Ob das da alles hinpasst? Ganz viele Blumen. Und da hat er jetzt einen kleinen Botanikgarten unter seiner Theke. Dass du mir ja auf meine Tulpen wohl so gut acht gibst, Bodo. Jetzt willkommen zu deiner Mai Feierei Tour. Dieses Mai Ticket Tour läuft etwas anders ab als normal, denn die ganze Insel ist Trommelwirbel. Ein gigantisches Labyrinth. Tja, hätte dir beim Einflug lieber mal fix eine Karte zeichnen sollen. Jetzt musst du ganz ohne Hilfe hindurch posen. Tapsen meine ich natürlich. Wie komme ich auf Posen? Und noch dazu mit leeren Flügeln, äh, Händen. Wir haben all den Kram nämlich am Flugschalter verstaut. Tja, ja, also dann viel Glück im Labyrinth. Ach, mit der Notrettung kannst du das Labyrinth übrigens zurücksetzen. Dann kommt ein netter Maulwurf namens Resetti an und fliegt dich wieder nach Hause. Okay. Ja, damit sind wir auf der Mai Feierei. Feierei. Ich sag's immer wieder falsch, Leute. Jetzt rauf. Äh, Insel. Unser Inventar ist leer und, ähm, ja, es ist halt mehr oder weniger ein Rätsel. Heißt, wir kriegen jetzt hier als erstes die Schaufel. Man weiß jetzt nicht, ob diese Schaufel lange hält oder nicht. Deswegen würde ich ungerne hier vorne schon die Büsche wegnehmen. Denn ich möchte ja alles Mögliche von dieser Insel irgendwie mitnehmen. Deswegen, ich glaube, das ist am schlauesten, wenn wir einfach hier mal die Kirsche nehmen. Ich bin schon sehr überrascht, dass überhaupt meine Schaufel mehr als eine Grabung aushält. Die Kirsche essen wir natürlich. Dann kann nämlich der Baum da weg. Ich glaube, das ist erstmal nur ein Tutorial hier. So, wir können auch nur da rüber hüpfen. Mehr geht noch nicht. Da haben wir ein paar Äste, mit denen wir Sachen basteln können. Was haben wir hier rechts? Da ist auf jeden Fall der Olli. Und ich krieg ein Abo rein. Danke für den Abo-Typen. Ein bisschen Holz aber auch dabei. Okay, der Olli. Wer den nicht kennt, der war in Wild World, meiner Meinung nach. Der Typ, der im Taxi mit einem saß und mit einem geredet hat. Oder zumindest, ich weiß nicht, in welchem Teil das genau war. In New Leaf vielleicht. Da war er mit einem im Zug und war da neben einem und hat damit eingelabert. Okay, wir können hier noch nicht wirklich viel machen. Aber wir haben einen Stein. Wir haben Äste. Aber wir kommen da oben nicht hin. Hä? Guck mal, jetzt bin ich schon verwirrt. Okay, wir haben Holz. Wir können da oben noch lang. Wir bräuchten halt irgendwie eine Werkbank. Was haben wir sonst noch? Wir haben da noch ein paar Kirschen. Also die werden garantiert dafür sein, dass man hier die Bäume und so wegbekommt. Ein weiterer Ast. Hier gibt es auch nur einen Weg. Das heißt, wir können auch nur hier runter. So, dann würde ich sagen. Nehmen wir hier erstmal die Äste mit. Oh, war das schon falsch? Ach ne, ich kann hier einfach wieder zurück hüpfen. Oh, ich dachte gerade schon. Oh, ich kann hier einfach wieder zurück. Genau diesen Part haben wir ja auch gesehen im Trailer von Nintendo. Oh, ne neue... Ne Morsch-Axt. Oh, okay. Morsch-Axt heißt dann wahrscheinlich, dass die sehr, sehr schnell kaputt geht. Aber genau das hier gesehen... Oh boy. Ich möchte nichts falsch machen. Ob man überhaupt was falsch machen kann bei so einem Kind... Oh, da ist sogar ein DIY drin. Wie gut ist das denn? Okay, da rechts. Doch, wir kommen da hin, wenn wir wollen würden. Nee, kommen wir nicht, weil wir keine Kirsche haben. Okay, let's see. Was haben wir jetzt genau? Wir haben eine Morsch-Axt. Damit könnten wir irgendwas kaputt machen. Wir könnten so einem den Baum hier oben kaputt machen. Dann würden wir an zwei Kirschen rankommen. Und ein... Einem Ast. Hier unten können wir den Baum auch kaputt machen. Also da rechts. Da würden wir aber nur an zwei Kirschen kommen. Ich glaube, das lohnt nicht. Deswegen würde ich den hier, glaube ich, kaputt machen, oder? Ja. Ich glaube, Kirschen sind gut. Also, raus mit der Morsch-Axt. Stirb, du Baum. Äh, äh, äh. Ja. Das habe ich schon fast gedacht, dass die Axt beim ersten Mal benutzen gleich kaputt geht. Und wir sparen uns natürlich unsere Schaufel und gehen einfach so rüber. Nicht, dass unsere Schaufel auch noch irgendwie kaputt geht. So weit, so gut. Wir haben jetzt eine Kirsche mehr. Mit dieser Kirsche können wir halt richtig viel machen. Wir können damit zum einen hier... Nee, können wir nicht. Doch, irgendwie kamen wir da auch ran, ne? Dann wären wir zumindest schon mal an dem DIY. Und dahinter ist sogar noch eine Kirsche. Das klingt doch gut. Also, wir essen eine Kirsche. Eine Kirsche für eine Kirsche austauschen, das wird ja wohl kein Problem sein, oder? Ich hoffe halt, die Schaufel geht jetzt nicht kaputt. Okay, danke. Wieso kam da kein Stein raus? Das sind sogar zwei DIYs. Ich bin ja fasziniert. Ach, und hier haben wir sogar noch ne Werkbank. Da könnten wir jetzt auch sofort ran. Ist die Frage, haben wir jetzt schon genug Zeug dafür? Was haben wir denn hier? Ne Wackel-Axt und ne Axt. Ach, lol. Die kenne ich bereits. Ach so. Ja, die kenne ich beide bereits. Okay, die Bastelanleitungen. Schade. Ich dachte, man kriegt hier spezielle Bastelanleitungen. Okay. Warte, aber wir haben zwei Äxte bekommen. Die wir dann hier machen sollen. Also, für die Wackel-Axt braucht man fünf Äste und einen Stein. Den haben wir. Und für die normale Axt bräuchte man noch Eisenerz. Stimmt, eine Wackel-Axt bringt uns halt auch gar nichts alleine hier, ne? Ich könnte diesen Baum jetzt schon wegnehmen, aber das bringt mir halt noch gar nichts, wenn ich kein Eisen habe. Ich gucke lieber nochmal. Gibt es hier irgendwo noch Eisen? Also, hier könnten wir zumindest aus einer Kirsche zwei Kirschen machen. Das sollte ja schon mal kein Problem sein. So, eine Kirsche. Dann können wir den Baum hier mitnehmen und kriegen zwei weitere Kirschen. Da ist das Eisenerz. Okay, das heißt, der Baum da muss weg. Aber wie zur Hölle komme ich da hin? Ah, ich muss von unten da hinkommen. Ja. Okay, also der Stein muss weg. Ah, ich bin hier völlig lost. Wo muss ich hin? Ich komme da unten nicht hin. Also Ziel ist auf jeden Fall hier oben bei den drei Bäumen. Ah, hier muss ich runter, ne? Genau. Ja, hä? Ah, f*** you. Okay, wir müssen den ersten Weg gehen bei diesen drei einzelnen Löchern. Heißt, hier runter. Dann über den ersten. Und dann ins erste Loch rein. Und dann hier links rüber. Genau. Und hier kommen wir dann in unser Eisenerz. Holy crap. Okay, das ist wirklich ein krasses Labyrinth. Und sowas ähnliches könnte man ja auch auf seine eigene Insel machen, oder? Also zumindest mit den Bäumen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob andere Leute auch Bäume ausreißen können. Aber jetzt wäre das doch eine Vergeudung, wenn ich diesen Baum hier wegnehme, oder? Ah, ne, er muss früher oder später sowieso weg. Damit wir an die Kirsche da hinten dran kommen. Wir können das ja auch alles wegachsten. Weil jetzt können wir uns ja eine Axt herstellen. Dann setze ich die Kirsche nämlich lieber hier ein. Weil ich weiß ja nicht, ich habe diese Schaufel ja einfach nur geschenkt bekommen. Gleich am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt noch hält. Ob die wirklich 30 Benutzungen hält, wie eine normale Schaufelnummer hat. Deswegen stellen wir hier jetzt lieber einfach mal eine Axt her. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. So, we got a Axt. Okay. Und da, die sollte ja jetzt auch... Also die hält auch, glaube ich, 30 Schläge aus, die normale Axt. Also 10 Bäume. Wir haben hier drei Bäume. Wir haben da unten noch einen Baum. Den können wir eigentlich erstmal wegachsten. Ich habe schon wieder gar keinen Plan, wie ich da hinkomme. Ach doch. So, so. Und ich glaube, dann sind wir schon durch, oder? Ich denke schon. Da unten sind noch irgendwelche Tickets. Keine Ahnung, was für Tickets. Müssen wir aber auch noch ran. So, der Baum weg. Aber wofür brauche ich denn jetzt noch mehr Kirschen? Hä? Ich habe zu viele Kirschen. Ich habe zwei Kirschen zu viel. Das langt doch locker, wenn ich die hier alle wegachste. Ja, ich glaube, das war es. Das war ja dann gar nicht so schwer. Hätte man überhaupt verlieren können? Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht sonderlich schlau angestellt. Aber guck mal, wir können sogar noch draußen rumlaufen. Okay, das bringt uns hier aber gar nichts. Vor allem, man darf die Büsche ja nicht mehr mitnehmen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo eine Flaschenpost? Nee, ist gar nichts am Strand, ne? Absolut nothing. Okay. Sehr interessant. Damit der Olli nicht Angst vor mir hat, mache ich mal die Axt weg. Hallo Olli. Ah, du hast es im Ziel geschafft. Oh, ich hätte so gern Olli auf der Insel, Mann. Das wäre so schön. Hä? Hey, sind wir uns zwei nicht schon mal begegnet? Dein Gesicht kommt mir ziemlich bekannt vor. Ja! Ja, haben wir. Olli, ich kenne dich. Oh, Entschuldige. Ich bin schon auf so vielen Inseln gewesen und habe es nicht so mit Gesichtern und Namen. Auf dieser Insel bin ich aber zum ersten Mal. Ganz schön seltsam hier, oder? Was führt dich hierher? Äh, Tom Nook. Na, was klingt denn besser? Tom Nook schickt mich? Äh, das ist geheim. Ich bin ein geheimnisvoller Typ. Hahaha, Geheimsache sagst du. Na, jetzt machst du mich aber erst so richtig neugierig. Ich bin ja hier wegen einem alten Freund von mir, Tom Nook. Mist! Hätte ich auch Tom Nook gesagt. Der wollte, dass ich mir diese neue Attraktion dann sehe, die er auf der Insel hier zusammengezimmert hat. Aber mit einem Labyrinth hatte ich wirklich nicht gerechnet. Miau! Oh, ist so glücklich von Miau! Und das nenne ich mal eine Überraschung. Warte mal, wenn du auch hier bist, heißt das dann etwa, du kennst den guten Tom Nook auch? Das ist ein Geheimnis, wie gesagt. Na, du bist mir ja ein ganz schön Geheimniskräber. Aber ich werde diesen Nuss schon noch knacken. Hm. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hey, du bist bestimmt von dieser Insel, von der mir Nook erzählt hat. Wie heißt die noch gleich? Ach, stimmt, Disymania, nicht wahr? Äh, das ist ein Geheimnis. Haha, wusste ich's doch. Hey, du scheinst mir ein ganz schön pfiffiges Kercher zu sein. Wenn alle Leute auf Disymania so drauf sind, muss das ja eine lustige Insel sein. Oh, sag mir nicht, er kann wirklich bei mir einziehen. Wenn er, das schließt doch jetzt mega da drauf, wenn er von meiner Insel sagt, dass sie toll ist, dass er da einziehen könnte, oder? Sag mal, hast du eigentlich auch einen Namen? Wäre aber auch komisch. Wenn jetzt alle, die im Mai dieses Rätsel lösen, dann Olli bei sich wohnen hätten, dann gäbe es ja eine Olli-Pandemie oder so. Aha, das war so, Disy also, ja? Na, das nenne ich doch mal einen richtig duften Namen. Freut mich, dich kennenzulernen, Disy. Hier ein kleines Andenken und unser Treffen. Nein, zieh bei mir ein. Ich habe auch Heinz bei mir. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Hat mich echt gefreut, dich getroffen zu haben und ausgerechnet hier, wenn das mal nicht Schicksal war. Hätte ich nicht gedacht, dass ich auf einem angelegenen Inselchen so viel Spaß haben würde. Hoffentlich laufen wir uns bald mal wieder auf den Weg. Das Schicksal wird schon einrichten, also bis dahin. Miau! Man könnte es nochmal von Anfang an machen, wenn man die Notrettung macht. Aber ich glaube, ich habe soweit alles mitgenommen. Aber Leute, ich sehe da hinten gerade Büsche. Und die kann man doch bestimmt einfach ausgraben und gucken, was passiert. Vor allem können wir hier noch mehr Zeug mit dem. Was ist denn das jetzt genau? Sterni-Coupons. Ah, lol. Sind das diese Sterni-Coupons, die 3000 Sternis wert sind? Wollen wir die einlösen? Ne. Okay, dann bin ich aber gespannt, wie viele Sternis das sind. Ob das jetzt mehr ist als die Sterni-Coupons, die man für die Notmeilen bekommt. Die einfach voll den Wucherpreis haben. 500 Meilen für 3000 Sternis. Wer macht denn so einen Scheiß? Das wäre doof. Aber irgendwie finde ich es auch doof, dass ich hier keinen DIY bekomme. Ach so, und was hat er mir denn jetzt eigentlich gegeben? Ich habe nicht aufgepasst. Was hat er mir gegeben? Ach ja, ein Koffer von Olli. Okay. Solange ich den behalten darf. Hier sind noch mehr Sterni-Coupons, aber ich brauche dafür... ...drei... ...Kirschen. Und die habe ich nicht. No. Habe ich jetzt versagt? Habe ich eine Kirsche zu viel eingesetzt? Aber warum? Wo? Ja, ich komme da nicht ran. Nein, ich habe eine Kirsche zu viel. Oder zu wenig. Ich habe irgendwo eine zu viel eingesetzt. Verdammt. Ach man. Dann... Bitte, lassen Sie mich durch. Ich hätte gerne diese 5-Meilen-Ticket-Dinger da. Aber wenn die wirklich nur 3.000 wert sind, dann wären das ja nur 9, 12, 15.000 Sternis. Ja, okay. Ich brauche keine 15.000 Sternis. Okay, also das war anscheinend die MyFire-Rei-Insel. Äh. War witzig. Bin gespannt, ob die jetzt wechselt die nächsten 7 Tage. Oder wie das abgeht. Ob das jetzt aber dieselbe Insel ist. Das wäre vielleicht ein bisschen lame. Aber, okay. Was? Du hast eine Zufallsbekanntschaft auf dieser Insel hier bekommen. Mach Sachen. Nur keine Sorge, Dodo. Jetzt werde ich dein kleines Geschenk lieben gern von dir vor die Haustür liefern. Okay, und er meinte gerade, man kann die Insel nur einmal anfliegen. Also, wenn man jetzt nach Hause geflogen ist, ohne alles mitzunehmen, dann kann man das auch nicht nochmal versuchen. Aber während man halt auf der Insel ist, kann man diese Notrettung einsetzen. So oft man will, vermutlich. Aber ich glaube, die kostet 100 Meilen, wenn man die einsetzen möchte. Das heißt, für 100 Meilen könnte man dann versuchen, da diese Sterni-Coupons unten links auch noch irgendwie zu bekommen. Aber ich glaube, das ist mir nicht wert. Okay, wir haben das Zeug jetzt auch nicht im Inventar. Er meinte halt, das wurde nach Hause geschickt im Briefkasten. Mal gucken, ob es jetzt schon da ist. Das sieht doch gut aus. Dann schauen wir doch mal, wie viele Sternis diese Coupons jetzt genau wert sind. Ob das wirklich diese 3000er sind? Hä? Kann man die nur bei Nooks Laden einlösen? Oder wie läuft das? Okay, dann gucken wir uns nur den Koffer von Olli an. Geil! Ollis Koffer mit ganz vielen Stickern drauf. Okay, der ist schon irgendwie süß. Den mag ich. Okay, werden wir irgendwo einen super Platz wahrscheinlich finden. Aber zunächst, ich möchte jetzt wissen, wie viel diese Sterni-Coupons wert sind. Ui, die Bär ist auch hier. Könnt ihr mir mal sagen, wie viel die Dinger jetzt wert sind? Oh, ist das ein Diner? Diner Sofa. Das ist genau das, was ich wollte. Ich möchte nämlich einen Diner einrichten. Ob jetzt draußen oder in meinem Haus. Eigentlich in meinem Haus, weil ich habe so einen Diner-Teppich. Und eine Diner-Shirts und alles Mögliche. Nehme ich. Und ich habe auch Coupons. Hallo? Wie löse ich diese Coupons ein? Muss ich die hier verkaufen, damit ich sie bekomme? Sterni-Coupons! Dafür können wir dir 12.000 Sternis einbieten. Okay, es waren vier Stück. Das heißt, ja, jeder ist 3.000 wert. Man muss die bei den Nooks verkaufen? Bin mir nicht sicher, ob so Coupons wirklich funktionieren. Aber ja, nehm. Ja gut. Also das war dann ganz offensichtlich... Ich habe noch nie diese Post hier an der Wand gesehen. Das My Fire-Rei-Event. Ganz witzig. Bin wie gesagt gespannt, wie die nächsten Tage werden. Und dann war es das aber mit dieser kurzen Folge. Ich wollte hier jetzt nicht noch den anderen Kram machen. Das kommt dann in einer regulären Folge. Und ja, dann danke für's Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Oh, lol. Tschüss. Sch